Hallo, Python-Programmierung, Zeichenketten-Methoden. Das Skript ausführen mit Python str.py, so heißt das Skript. Durch unterschiedliche Methoden ist es realisierbar, Zeichenketten zu beeinflussen. Einige wurden schon in anderen Screencasts vorgestellt, wie zum Beispiel Loa. So werden alle Groß- in Kleinbuchstaben umgewandelt. Das Ergebnis aber bewirkt genau das Gegenteil. So werden alle Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umgewandelt. Und dann noch als drittes Swapcase. So werden alle Klein in Großbuchstaben und alle Groß in Kleinbuchstaben umgewandelt. Durch Strip entfernt man hinten und vorne alle Leerzeichen. Feind sucht nach einer Zeichenkette in einer Zeichenkette und gibt bei einem Treffer die jeweilige Stelle zurück. Und das ist hier die Stelle 8. Durch Replace werden bestimmte Zeichenketten durch andere Zeichenketten in einer Zeichenkette ersetzt. Also hier wird zum Beispiel überall wo Python vorkommt, Word geschrieben. Nun zu den vielleicht noch nicht bekannten Methoden. Erste Zeichen in Zeichenketten können durch Capitalize in Großbuchstaben umgewandelt werden. Unter Zuhilfenahme von Title werden alle Wortanfänge groß zurückgegeben. Möchte man in Erfahrung bringen, wie oft eine Zeichenkette in einer Zeichenkette vorkommt, hilft hier die Methode COUNT und O kommt zweimal vor. Und zum Schluss soll noch die Methode Split erwähnt werden. Split zerlegt die Zeichenkette an jeweils der Stelle, wo der angegebene Trenner vorkommt und gibt alle Teile in einer Liste zurück. Das ist das Ergebnis. Oder zum Beispiel Trennen, wo O vorkommt. Dann wäre das das Ergebnis. Ciao und viel Glück!